Beide Ereignisse in diesem Video haben sehr wenige offizielle Berichte, und dies lag an der Zeit, in der sie passierten, in der eine sowjetische Regierung jeglichen Hinweis darauf vertuschte, dass die Technologien des Ostblocks im Vergleich zu ihren westlichen Gegenstücken mangelhaft waren. Das heutige Thema werde ich hier auf der einfach schwierigen Katastrophenskala platzieren. Das Kernkraftwerk Leningrad ist ein Kernkraftwerk in Sosnovibor, in Leningrader Oblast, 69 Kilometer westlich von St. Petersburg. Als das Kraftwerk erstmals gebaut wurde, hieß die Stadt tatsächlich Leningrad. Der Bau begann 1967 und war das erste Kraftwerk, das das unglückselige AirBMK-Reaktordesign verwendete. Einheit 1 nahm den Betrieb 1973 auf, und die Einheiten 2 bis 4 wurden 1975, 79 und 81 eröffnet. Jeder installierte Reaktor hatte eine Nennleistung von 925 Megawatt Strom, sie produzierten jedoch viel mehr thermische Energie. Jetzt schauen wir uns den AirBMK-Reaktor und sein Design genauer an. Die Geschichte des Reaktors lässt sich bis in die Mitte der 1950er Jahre zurückverfolgen, mit dem leichten, wassergekühlten, graphitmoderierten AM1-Reaktor mit 30 Megawatt thermischer Energie in Obninsk. Das Design wurde in den 1960er Jahren mit den AMB-100 und AMB-200-Designs weiter ausgebaut. Zwischen 1964 und 1966 mussten sowjetische Designer einen neuen Reaktor einführen, der billig, einfach zu bauen und zu warten war und in der Lage war, Elektrizität zu erzeugen und gleichzeitig Plutonium für Atomwaffen zu produzieren. Um dies zu erleichtern, entschieden sich die Designer für die Verwendung von leichtem Wasser als Kühlmittel und Grafit als Moderator, ein Design, das einzigartig für den AirBMK ist. Ein Moderator wird verwendet, um die Geschwindigkeit der schnellen Neutronen, die bei der Spaltung freigesetzt werden, zu reduzieren, damit sie eine Kettenreaktion besser unterstützen können. Idealerweise arbeiten Moderatoren ohne Neutronen zu absorbieren und lassen sie als thermische Neutronen zurück. Aufgrund dessen benötigen die meisten Reaktoren einen Moderator, um effizient zu arbeiten und verschiedene Designs verwenden unterschiedliche Methoden zur Moderation, zum Beispiel Grafit, leichtes und schweres Wasser. Die Kombination aus Grafit-Moderator und leichtem Wasser als Kühlmittel liefert ein eigenartiges Ergebnis. Im Vergleich zum Druckwasserreaktor, einem der weltweit beliebtesten Designs, sind das Kühlmittel und der Moderator in Form von leichtem Wasser gleich. Der Druckwasserreaktor ist ein sehr sicheres Design, da das Kühlmittel, sobald es sich erwärmt und zu dampf wird, seine Wirksamkeit als Moderator verliert, die Kettenreaktion verlangsamt, die Stabilität verbessert und schließlich abkühlt. Der RBMK hatte dies jedoch nicht, da er Grafit als Moderator hatte, welches seine Aufgabe auch erfüllte, wenn das Kühlmittel verdampft. Wenn das Kühlmittel erhitzt wird und zu dampf wird, verliert es seine Neutronenabsorptionseigenschaften, wodurch freie Neutronen entstehen, was zu einer Zunahme der Reaktivität führt. Dies wird als positiver Dampfblasenkoeffizient bezeichnet, der nicht sofort ein gefährliches Design ist, wenn die Arbeitsparameter des Reaktors nicht von der Neutronenabsorption des Wassers abhängen, um sicher zu bleiben, wie es das RBMK-Reaktordesign stark tat, das stark vom Dampfgehalt seines Kerns für seine Reaktivität abhängig war. Dies muss durch die Steuerstäbe ausgeglichen werden, die die Gesamtleistung des Reaktors regulieren und zu einem sehr feinen Balanceakt führen. Wenn dies nicht ordnungsgemäß gesteuert wird, kann es zu einem Vorfall eines Runaways kommen, wenn das Kühlmittel erhitzt wird, die Reaktivität erhöht, den Kern stärker erhitzt, mehr Dampf erzeugt und zu einer größeren Reaktivität führt. Es wird als Rückkopplungsschleife bezeichnet. Dies führt zu einem ähnlichen Ergebnis wie bei einem Dieselmotor Runaway, wie in diesem sehr gut gedrehten Video gezeigt wird. Die Verwendung eines Grafitkerns ermöglichte es, schwach angereichertes Uran-235-Brennstoff für die Stromerzeugung einzusetzen, und zwar zu einem Viertel der Kosten von Schwerwasserreaktoren, die höhere Anfangskosten und wesentlich komplexere Wartungsarbeiten hatten. Weniger angereicherter Brennstoff war auch billiger herzustellen, was für die sowjetischen Buchhalter gut war. Der Brennstoff wurde auf zwei Prozent angereichert und zu Pellets geformt, die in einen 3,65 Meter langen Zirkaloi-Rohr gepackt wurden, wodurch eine Brennstoffstange entstand. 18 Brennstäbe wurden zylindrisch zu einem Träger angeordnet, um ein Brennelement zu bilden, das dann in eine der 1,693 Brennstoffkanäle des Reaktorkerns eingeführt wurde. Innerhalb des Reaktors befindet sich jedes Brennelement in einem eigenen vertikalen Druckrohr von sieben Meter Länge. Jeder Kanal wird individuell durch Druckwasser gekühlt, das am oberen Ende mit etwa 290 Grad Celsius austritt. Der Dampf wird durch einen Separator geleitet, wo er zuerst an eine Hochdruck- und dann an eine Niederdruckturbine gesendet wird, die die Generatoren antreibt und Strom erzeugt. Danach wird das Kühlmittel durch einen Kondensator geleitet, der von einem separaten Kühlmittelkreislauf aus einer nahegelegenen Wasserquelle gekühlt wird. Von dort wird es zurück in den Kern geleitet, um den Kreislauf zu vervollständigen. Der Reaktor hatte zwei separate Kühlkreisläufe, die sich gegenseitig spiegelten und jeweils durch ihre eigene Hälfte des Kerns führten. Jeder Kreislauf hatte vier Pumpen, drei für den normalen Betrieb und eine als Reserve. Der Graphit-Moderator bestand aus mehreren Blöcken, die nebeneinander platziert waren, mit einem Spalt, der mit einer Mischung aus Helium und Stickstoffgas gefüllt war, die den Kernbereich des Reaktors bildete und ungefähr die Größe eines kleinen Hauses hatte. Der Graphit erhielt keine Art von Kühlung, was bedeutet, dass seine Betriebstemperatur bei rund 700 Grad Celsius lag. Das Gas zwischen den Blöcken half jedoch bei der Wärmeleitung. Der Reaktor war mit Bohr- und Kabit-Steuerstäben mit Graphitspitzen ausgestattet. Diese wurden verwendet, um den Reaktor herunterzufahren und die Leistung zu regulieren. Die meisten wurden von oben eingeführt, aber eine Anzahl von kürzeren Stäben, auch von unten, um die axiale Leistungssteuerung zu gewährleisten. Der Reaktor hatte eine Sicherheitsabschaltung in Form der AZ-5-Taste, die bei Betätigung eine Reaktorschnellabschaltung auslösen würde. Die Hauptstäbe, die von oben eingeführt wurden, ermöglichten automatische, manuelle oder Notfallkontrolle. Die automatischen Stäbe wurden durch Rückmeldung von Detektoren im Kern reguliert. Darüber hinaus wurden einige kürzere Stäbe in den Boden des Kerns eingeführt, um heiße Stellen ungleichmäßiger Kritikalität zu bekämpfen. Insgesamt hatte der RBMK in Leningrad 170 Steuerstäbe. Zusätzliches Problem des RBMK war sein Sicherheitsbehälter, oder besser gesagt das Fehlen davon. Die Doktrin zur Zeit des RBMK war, dass er immer innerhalb der Spezifikationen betrieben würde, daher kein Risiko eines Unglücks. Aber das berücksichtigte nicht die menschliche Natur, die dazu neigt, Dinge zu vermasseln. Der vorhandene geringe Schutz der Außenwelt bestand in Form einer mit verstärktem Beton ausgekleideten Höhlung, die als Strahlungsschild diente. Der Reaktor selbst befand sich auf einer Stahlplatte und war von einem tausend Tonnen schweren Stahldeckel bedeckt. Auch die Dampftrenner waren in eigenen, separaten Betonbehältern untergebracht. Ein zusätzlicher Faktor führte zur geringeren Abschirmung als bei anderen Reaktoren. RBMK konnte im laufenden Betrieb neu befüllt werden. Dazu ist über dem Reaktor ein großer Kran angebracht. Das bedeutete, dass der Bau einer massiven Betonkuppelstruktur zeitaufwendig und vor allem teuer gewesen wäre. Das ist also ein grundlegender Überblick über den RBMK. Die Version, die in Leningrad installiert wurde, war ein Reaktor der ersten Generation. Es gab jedoch auch ein Design der zweiten Generation, das im Block 4 von Tschernobyl installiert wurde. Die zweite Generation war praktisch die gleiche, jedoch war einer der Hauptunterschiede eine Erhöhung der Anzahl der Steuerstäbe auf 211 und eine Reduzierung der Brennstoffkanäle auf 1661. Das führt uns zurück nach Leningrad und zu der relativ neuen RBMK-Einheit 1 am 30. November 1975. Es ist sehr schwierig, den Unfall zu rekonstruieren, da der Reaktor damals von Geheimhaltung umgeben war. Es existiert jedoch ein Teil eines Erlebnisberichts aus erster Hand von einem Auszubildenden, der später in Tschernobyl gearbeitet hat. Am 29. November wurde der Reaktor nach einer routinemäßigen Wartung gestartet. Während des Hochfahrens und Erreichens von etwa 800 Megawatt hatte einer der Turbogeneratoren des Reaktors Steuerprobleme, was dazu führte, dass die Leistung auf 500 Megawatt gesenkt werden musste, um ihn offline zu nehmen. Dies geschah kurz vor Mitternacht und war, wie bei den meisten Katastrophen, der Zeitpunkt für einen Schichtwechsel. Die Nachtschicht war damit beauftragt, die Leistung des Reaktors weiter zu erhöhen. Durch einen Fehler schaltete einer der Bediener den verbleibenden Turbogenerator aus, was zu einer Reaktorschnellabschaltung und zur Auslösung eines Schnellabschlusses der Steuerstäbe führte. Dies in Verbindung mit der Reduzierung der Leistung aufgrund des Ausfalls des Turbogenerators erhöhte den Xenon-Vergiftungsgrad im Reaktor. Um nicht zu viel Verzögerung zu verursachen, gab der Chefbediener den Befehl, den funktionstüchtigen Turbogenerator wieder in Betrieb zu nehmen und den Reaktor neu zu starten. Die Einheit wurde auf das Minimum an kontrollierbarem Niveau neu gestartet, aber die Vergiftung des Reaktors hatte einen inakzeptablen Wert erreicht, was den betrieblichen Spielraum auf nur noch acht Steuerstäbe reduzierte. Dies bedeutete, dass fast alle Steuerstäbe vollständig aus dem Reaktor entfernt werden mussten, um einen Ausgangspegel für den Turbogenerator zu erreichen, um die Stromerzeugung wieder aufzunehmen. Erneut wurde eine Schnellabschaltung ausgelöst, die den Reaktor aufgrund ungleichmäßiger Neutronenleistung abschaltete. Dies liegt an der Größe des RBMK-Kerns, sodass verschiedene Bereiche kritisch werden konnten, während andere Bereiche vergiftet blieben, was zu Hotspots führte. Ein weiterer Neustart wurde versucht und war erfolgreicher im Erreichen des minimalen steuerbaren Niveaus. Um 6.15 Uhr wurde die Leistung des Reaktors auf 1000 Megawatt thermischer Energie erhöht. Um 6.33 Uhr wurde die Leistung auf 1720 Megawatt erhöht. Die Bediener hatten zu schnell die Leistung des Reaktors erhöht, was für den stark vergifteten und knappen Zustand des Reaktors tödlich war. Als die Leistungspegel zum Betreiben des Turbogenerators erreicht wurden, erhielten die Betreiber Warnungen vor niedrigem Wasserflusspegel. Der Kern hatte Hotspots entwickelt, und die Betreiber versuchten, diese zu bekämpfen, indem sie einige der manuellen Steuerstäbe senkten und die automatischen zur Steuerung der Gesamtleistungsausgabe zurückließen. Erschreckenderweise ertönte in der Leitwarte ein neuer Alarm, der auf Feuchtigkeit im Grafit in der Nähe des Kanals 1333 hinwies. Die Anwesenheit von Feuchtigkeit im Grafitmoderator deutete auf ein Leck im Hochdruckkühlmittelrohr um den Brennstoff rum, was auf eine mögliche Kernschmelze hindeutete. Zu diesem Zeitpunkt wurde die AZ-5-Taste gedrückt, um einen Schnellabschluss auszulösen und den Reaktor abzuschalten. Es stellte sich heraus, dass der Reaktorkern schwer beschädigt war, ein technologischer Kanal zusammengebrochen war und 32 Brennstoffelemente aufgrund der unsicheren Betriebsweise des Reaktors verbrannt waren. Der beschädigte Kanal erwies sich als schwierig zu entfernen, was Probleme für die Arbeiter verursachte. Aufgrund des unsachgemäßen Confinements wurden etwa 1,5 Millionen Curie in die Atmosphäre freigesetzt und 5 Kilometer vom betroffenen Kraftwerk entfernt wurden unmittelbar nach dem Brennstoffschaden Strahlungspegel von 600 Milliremen pro Stunde gemessen. Der Unfall wurde durch die Versuche der Bediener verursacht, den Fehler des versehentlichen Ausschaltens des betriebenen Turbogenerators wieder gut zu machen. Dabei arbeiteten sie außerhalb der Vorschriften für den Betrieb bei niedriger Leistung, aber die Managementkultur zu dieser Zeit betrachtete dies nicht als Hauptproblem. Nun, wie falsch sie lagen. Das sowjetische Ministerium für Atomindustrie war für das Kraftwerk Leningrad verantwortlich und machte alle Informationen über Vorfälle zu Staatsgeheimnissen. Das bedeutete, dass keine Betreiber in anderen RBMKs über den Brennstoffschaden Bescheid wussten, geschweige denn aus den Fehlern lernten. Gut, dann gehen wir weiter zum anderen, weniger bekannten Vorfall in Tschernobyl und das ist der Brennstoffschaden in Einheit 1 im Jahr 1982. Das Kernkraftwerk Tschernobyl ist ein heute stillgelegtes Kraftwerk in der Ukraine. Einheit 1 war der gleiche Typ, der in Leningrad verwendet wurde und wurde 1972 installiert und nahm 1977 den Betrieb auf. Es gibt nicht viel darüber zu schreiben, da es zur damaligen Zeit vertuscht wurde mit Hilfe von Viktor Briukanov, der höchstwahrscheinlich in Zukunft wieder auf diesem Kanal auftauchen wird. Was jedoch aus einem internen KGB-Bericht bekannt ist, ist, dass wie in Leningrad auch der RBMK-Reaktor in Tschernobyl aufgrund von Wartungsarbeiten abgeschaltet worden war und einen Brennstoffschaden erlitten hatte. Die Wartungsarbeiten sollten am 13. September 1982 abgeschlossen sein und vorher musste der Reaktor getestet werden. Beim Neustart und Erreichen von 700 Megawatt Leistung während des Testlaufs wurde einem Brennstoffkanal mit der Nummer 6244 das Wasser entzogen. Er überhitzte und schmolz stark, was den Kern schwer beschädigte und erneut zu Feuchtigkeit im Graphitmoderator führte. Die Probleme wurden erst 20 bis 30 Minuten später bemerkt, was eine erhebliche Kontamination des Kühlmittels ermöglichte, bevor die AZ-5-Taste aktiviert wurde. Nun ist nicht sicher, was die Ursache für den Mangel des Kühlmittels war, da anfänglich den Bedienern die Schuld gegeben wurde, jedoch später ein defektes Ventil auch als potenzielle Ursache angesehen wurde. Es ist schwer zu sagen aufgrund der Vertuschung. Der Kanal war schwer beschädigt und die Reparatur wurde zu einer schmutzigen, radioaktiven Aufräumaktion. Es dauerte fast ein Jahr, um die Schäden aus dem Unfall zu beheben und der Kernbereich neben dem zerstörten Kanal war auf unbestimmte Zeit außer Betrieb. Die größten Probleme bei beiden Vorfällen waren Bediener, die nicht innerhalb der für sie festgelegten Parameter arbeiteten, sei es aus Fahrlässigkeit oder Druck seitens des Managements. Die beunruhigend gefährliche Kultur, die vom Management und ihrem breiteren politischen Umfeld der Kernenergieerzeugung in der Sowjetunion geschaffen wurde, würde in einer viel größeren Katastrophe mit einem RBMK im Jahr 1986 in Tschernobyl enden. Dies ist eine Produktion von Einfach Schwierig. Die Videos von Einfach Schwierig werden von mir, John, in einer sonnigen südöstlichen Ecke von London, Großbritannien, produziert. Helfen Sie dem Kanal, indem Sie ihn liken, kommentieren und abonnieren.